Moin Leute und herzlich willkommen zu dem ersten Video auf diesem Kanal und in diesem Video werde ich euch jetzt einfach mal sagen, was auf diesem Kanal passieren wird in der nächsten Zeit. Also es werden viele Vlogs kommen, so aus meinem Leben, was ich so mache, dann Challenges, Challenges auch oft mit meinem kleinen Bruder, der ist gerade in seinem Zimmer und ich werde auch viel über Kameras machen, also was so die besten Einstellungen für die Kamera ist und sowas. Auch so ein paar Neuigkeiten, welche neuen Kameras rauskommen und so welche Sachen. In der nächsten Zeit werden coole Videos kommen. Warte mal das nächste Video ab, denn da wird was echt krass gesagt. Ich sag das jetzt hier noch nicht. Ihr müsst sie abonnieren und dann seht ihr, was im nächsten Video passiert ist. Und ja, ich glaube, wir gehen jetzt mal ins andere Zimmer, wo mein kleiner Bruder ist und dann zeige ich ihn auch mal. Hi. Das ist mein kleiner Bruder. Hallo. Ja, ja, abonniere mich gerne. Genau so. Ich habe gesagt, das nächste Video ist mega krass. Du weißt ja, was das nächste Video sein wird. Das habe ich noch nicht erzählt, was wir gerade für ein Problem haben. Ja. Also unbedingt abonnieren, dann wisst ihr, was bald passiert. Unbedingt. Wir suchen jetzt zusammen eine Kamera. Genau. Er verliert immer seine Kamera oder sein Handy. Manchmal ist das Handy wirklich spurlos verschwunden, muss er da wirklich eine halbe Stunde lang das Ding suchen. Ah, hab sie. Warum liegt sie auf deinem Fan? Keine Ahnung. So, damit beende ich jetzt auch das Video. Das ist jetzt mega kurz geworden, aber das sollte auch kurz werden. Würde ich eigentlich nur sagen, was hier auf dem Kanal passieren wird und mit wem. Und ja, seid gespannt, was im nächsten Video passieren wird. Und wir sehen uns dann. Tschüss. ruhig.